ja wieder los ja ja deswegen oh Gott aus dem Blick und da ging es schon los Daniel hat aber noch den schwarzen Hintergrund drauf nur sagen wollte so Jo Bitches Jürgen ich hab große Erwartungen komm zurück jawohl du machst das aber spannend ne ja Alter der Profi kann es halt ne das nice naja da wäre eh eventuell schon gewesen oh Gott sind wir alle nach vorne gefahren? ja komplett ja 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 zweifelst du an meinen Fähigkeiten? nee nee ich weiß es nicht das hat nur und diese Leute junge junge diese Leute von heute in 30 Sekunden zwei Tore machen haben wir auch noch einen mit der selber pro Hacker ja vielleicht hacke ich auch weiß es nicht ab sofort neue Tör äh Serverklasse äh Hacker auf Versuche nein nein ich bin zum Doppelhack ups ein bisschen verkegelt oh oh ach ja wir sind jetzt ja blau mhm ja das sind vorher auch ja ne ich war irgendwie noch mal so neee doch Feuerwandel blau waren schon die ganze Zeit blau jetzt ja dann war ich halt verwirrt nein ich hab keinen Wust ich war erst mal dreimal um den Wust und bevor ich die Sicht schaffe die Explosion finde ich manchmal eigentlich mega störend da sehe ich eben überhaupt nicht was passiert eigentlich ja weil er ist ja komplett schwarz so Daniel du hast jemanden zerstört schon wieder irgendwie schon der zweite was macht der denn da? der Daniel wuhuu läuft ne der chillt Daniel erstmal ne Runde und dann hau da einer rein oh Gott die sind schlussend gefühlt 14 Jahre und alles Semi-Profi aber das heißt dann wirklich nichts naja gut ich darf ich weiß gar nicht bin ich schon Profi ja müsstest du einig sein bei dem was du gestern hast du meintest ja irgendwie dass du kurz für Level 20 bist ja ey irgendwie muss ich gleich mal äh müssen wir gleich mal in der nächsten oh ne die Musik kann ich ja jetzt auch langsam machen ist ja viel zu laut oh äh steig ich jetzt weg? nein ich hab den Ballon drum frei hab ich den schon muss ich mal kurz ins Hauptnummer warte mal du meinst bei Profi kannst du es wieder anzeigen lassen oder was? ja ich hab immer noch einen Profi wie viele Antennen habt ihr? äh ich kann gar nicht switchen weil ich hab irgendwie immer noch einen äh Antennen äh 20 von 35 Käppis hab ich alle ja Käppis hab ich auch alle aber Antennen und Flammen hab ich auch alle oh nein die Spülern die Spülern äh äh eine Flagge eine Flagge und Veda hab ich auch alle ach du wolltest du musst deinen Kanal schicken zu hey jetzt erstmal Spülern ne äh Hut ich hab nen Hut zu einmal lol so was haben wir denn hier nur so äh äh die Heiligenstein ist immer noch das Beste oh nö die Krone es geht weiter ey ist ja dann hier einmal am durchschauen ne scheinbar haben wir jetzt nur noch äh äh Steam äh Spieler würd ich mal so stark vermuten anhand äh der Profilbilder mhm ja PS also Playstation Spiele hab ich auch echt nicht oft also ich hab irgendwie die letzten paar Spiele Tage also ich mein ja 3 Tage hab ich keinen einzigen gesehen ich würd mal sagen der Sohn hat ein Tor gemacht noch den anderen 9 Sekunden hat er endlich mal was gerissen ok das klang jetzt so ein bisschen ironisch nach dem Motto hat er endlich mal was gerissen und das war scheiße Max stand da auf gar rum der hätte den Ball locker weg ja Max ist schuld enttäuscht von dir Max ich schon wieder fuck ey dann vorbei ähm bin ich ja viel zu spät gesprungen ich glaub den ich glaub den ich glaub den ich wollte dir nur einen schönereslichen Abend wünschen ja danke dir auch oh der wär so schön gewesen ach der war von dir? ja Truppen lol oh ich spring auch dran vorbei alter bei uns in der Schule kostet so ein Laugenbrötchen ähm fuck 70 Cent und beim Ki- äh beim Bäcker kostet so ein Laugenbrötchen irgendwie 30 Cent äh die wollen die halt auch verdienen 30 Cent? 30 Cent für ein Laugenbrötchen mega günstig NEIN ach man was sind wir los? jetzt ist die Erfolgserie beendet bei dem der Bäcker hat noch neuen Cousins und die kosten 9 Euro das ist eigentlich auch ganz gut wie geht denn das ja max gleiche Idee hat's von euch mal wieder keiner geschafft mit wie war das? ähm man man bewegt sich auch überhaupt nicht mit beim spielen? ne ne überhaupt nicht du musst dir mal vorstelle äh vorstelle das mit oder äh HTC Vive oder etc die Pornös du dein dich bewegen würdest das da blockt das wird ein schweres Spiel das wird ein schweres Spiel oh Gott ah Mist wo wir grad da vorne immer sind aber wir kriegen den Ball nicht rein irgendwie nicht ne dieses Boom jetzt hat's mich grad auch mal aufgeregt ähm Mittelfeld im Mittelfeld gewesen ja da hat er mal geübt da konnte er gut einschätzen ja jetzt wo muss das her gut sein für ne mhm welche ich merke wir müssen auch mal hier jetzt irgendwann wenn wieder so ne so ne Meisterschaft ist die mitspielen hätte ich voll Lust zu dann spiel ich aber nur mit dir ja halt bräuchte man glaub ich je so ein festes Team von vier Leuten ähm lol und jetzt wo Eike es auch hat fuck ey hat er sich das gekauft gehört grad davon gekauft ok ok weil nämlich das gerade ist aber am Wochenende wäre jetzt schon vorbei ooooh so Junge, Junge, Junge jetzt wird es spannend das muss nicht sein ernst ooooh nice wenn ich meinen Kanal später euch schicke, ne dann äh wollen wir nicht lachen pfff ihr dürft gerne lachen nur Kritik ist erwünscht ähm nur wir haben ohne Ton aufgenommen da wir in der Klasse aufgenommen haben ihr habt ohne Ton aufgenommen? äh in-game-Ton aber in der Klasse ja haben wir einfach mal so in der Mittagspause gemacht ja wollen wir aufnehmen ja also nicht wundern wenn wir nicht reden wir haben uns total au ja also er hat mich da ist der bitte drin yes Gott sei Dank so Minute Zeit für ein Tor sollten wir schaffen, ne er ist komplett ausgerastet pfff und ich hab am Ende gewonnen Alter schaut euch das mal nicht ich hab 130 Punkte und kein Tor alter Finner Dani da musst du mal was machen, ey Leute das war scheiße äh ich glaub das will ja wieso muss dieser blöd Kopf so das ist gut für uns Ball nach vorne ja komm kommt yes ja ich wollte den unbedingt drin haben und ich wusste nicht ob du noch einen Wust hast und ich dachte ich ok ich zieh lieber vorbei guck mal das hat nix an der Flugrichtung beendet doch Max hat nur einen Hup gestreift das reicht aus ich hatte Angst dass der noch ankommt und den Versuch wegzuholen du hattest aber keinen Boost, ne oder doch? was? hattest du einen Boost eben? nö wieso? ok muss Boost sein im Boost ist immer gut ja aber nein alter ich hab den Batman weggedrückt guck mal der hängt bestimmt auch hier der hängt bestimmt auch hier wo? bitte? ok das ist vielleicht ein bisschen weit außer du fährst auch noch mal gegen nein ey der wär reingegangen ne ja scheiße das ist bei mir manchmal echt so scheiße dass die einfach sofort abbrechen wenn du einmal kurz auf die nach schon nicht sagen letzter Angriff oder so ähm user max achja ich baue ja für euch wieder ne Portal Map echt? wortl haben wir auch lange nicht mehr im Spiel ja eigentlich müssen wir mal ähm ihr könnt ja warten bis die Web fertig ist ich glaub das dauert nicht mehr so lange ich muss sie eigentlich nur noch testen ja nein der geht okay ey rast ein Haus da bin ich nicht nur ausgerastet da ist Max glaube ich auch ausgerastet der ist doch fuck scheiße ach du scheiße okay eine nicht mehr runter ne ich bin noch gleich das ist das ist ich bin ja vier immer noch wartet mal kurz ne Sekunde gut dann mach mal Hauptmenü Hauptmenü und damit war es das auch wieder für diese Folge noch schlimm auch schlimm und damit war es nicht mehr so dass wir uns auch wieder noch mal bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal